Hallo, Hübsche. Was macht denn die Prinzessin auf den Platz? Wer von euch war das? Ich war es. Ich bin keine Prinzessin, ja? Hä, was denn sonst? Ein Wikinger. Und wenn du noch einmal zu mir Prinzessin sagst, dann schieße ich gleich noch einen Hattrick. Hä? Spiel ist doch vorbei. Wieder ein Tor. Jetzt bin ich entspannt. Hey, Ederson, was ist nur los mit der Butter? Was soll los sein? Steht 4-0 und ich chill hier ein bisschen im Tor. Jetzt kommst du her. Oh Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich lasse dich auf keinen Fall in Ruhe. Du sagst mir jetzt sofort, was du da im Tor hast. Ich mach gar nichts. Du sollst nicht einfach rumstehen. Aber komm, kein Ball. Soll ich einfach mit nach vorne rennen, oder was? Nein, jetzt denkst du, du bist auch noch lustig. Was soll ich machen, wenn kein Ball auf dem Tor kommt? Mach ein paar Übungen, mach ein Push-Aus. Oder hol dir den Ball und spiel ein bisschen Ticketacker. Ich kann einen neuen Torwart kaufen. Du bist ja nicht, wer rumstehen, wie es halt. Hat jemand ein Ball, ich dschungliere ein bisschen. Sag das Wort noch einmal in mein Gesicht. War doch nur Spaß. Dann schneid deine Haare, wenn es dir nicht passt. Hey, mit langen Haaren sehe ich verdammt gut aus. Stimmt, Prinzessin. Oh oh, jetzt reicht's.